Hey Leute, was geht? Für uns dann herzlich willkommen zu weiteren Skorpelabettler in EAFC 24. Heute heißt es Messi Flashback gegen Ronaldo Flashback. Die beiden Goats im Duell und der Gegner ist Wax. Peace, Freunde, ich bin heute auch dabei und natürlich auf der Seite von Cristiano Ronaldo. Wenn ich hier das unterschriebene, originale Trikot von ihm hängen habe, muss ich auch ihn spielen. Trey Blazers Ronaldo ist es geworden. Wild, ihr seht die beiden Starspieler in den Teams. Messi hat leider bisher noch keine Special-Karte, wird sicherlich bald auch kommen. Vielleicht sogar wirklich eine Flashback-Karte. Und damit es ein Flashback-SBB ist, haben wir es heute so gemacht, dass ich drei Spieler vom FC Barcelona noch bei mir im Team einbauen muss. Und das ist natürlich der beste Klub von Messi war, wo er am meisten rasiert hat, die meisten Titel gewonnen hat, die meisten Ballon d'Ors geholt hat. Und Wax muss drei Spieler von Real Madrid im Team von CR7 noch einbauen, weil für ihn einfach genau das Gleiche gilt. Ja, ihr habt schon gehört, Wax, großer Fan von Cristiano Ronaldo. Aber schreibt mal die Kommentare, wen von den beiden ihr mehr fühlt. Bei mir ist das so, ja, das ist ehrlich, schwer zu sagen. Aber es ist halt immer die alte Diskussion, wo wir inzwischen mehr Leute Messi, glaube ich, vorne sehen. Aber naja, trotzdem kann das ein geiles Video werden. Lass einen Daumen da, würde uns auf jeden Fall sehr, sehr, sehr freuen. Und check Wax ab. Und ich würde sagen, wir halten auch direkt rein. Willst du als erstes die Tafel hochhalten? Okay, mach ich, mach ich. Ist drin. Dann füge mal einen, deinen linken Flügel- und rechten Flügelspieler. Yes. Drei Spieler von Barca müssen kommen. Wax darf auch nur drei aufschreiben. Also darf jetzt nicht elfmal Barca aufschreiben, weil er hat eine gute Chance. Sondern er muss überlegen. Ich glaube tatsächlich, bei den ersten beiden Positionen hast du keinen von Barca aufgeschrieben. Vielleicht. Das Problem ist, dass ich es aber nicht ausnutze, weil ich habe auch keinen von Barca. Ich habe auf dem linken Flügel direkt für Messi, für den Link, Beasley, Hero aus der MLS. Ich weiß, die haben hier relativ viele Jurokarten dort. Deswegen hast du vielleicht nicht. Und auf der rechten Seite, ich will geile Spieler vorne haben, ich will ein paar Tore machen. Aiken Garincha. Boah. Nett auf dem Städte Tricks, oder? Jo. Und diese Tricks dann plus Eigenschaft. Genau wie Ronaldinho der Panamels. Alter, der ist super. Ja, das beide behalten. Ich hatte Di Maria und so ein MLS-Spieler aufgeschrieben. Aber hat der geschickt gemacht. Nice. Okay. Dann halte ich mal bei dir rein. Ja. Beide MS hast du aufgeschrieben, ne? Na. Boah, ich merke mein Stift ist Katastrophe. Du musst einen anderen Stift nehmen. Aber du kannst die Spiele auf jeden Fall einmal einbieten. Okay, ich fixe sie gerade ein. Auf der linken Seite spielt ein Spieler, der kostet knapp 3 Millionen Coins. Mittlerweile ist er schon ein bisschen runtergegangen. 2,5 Millionen Coins. Wie? Warte mal, warte mal, warte mal. Ne, ne, mach mal rein. Ich habe nochmal jetzt mal einen anderen Stift drüber geschrieben. Weil ich hatte Blau benutzt, jetzt habe ich Schwarz benutzt. Aber man hat es eben schon gesehen, was drauf stand. Und vielleicht ist es so geil. Ich weiß ja, wie viel er kostet. Okay, ich habe Kieler und Mbappé. Dann doch nicht, warte mal. Dann leider doch nicht, warte mal. Und dann habe ich den Perfect Link. Colomboani. Nicht schlecht gemacht. Ich habe André Silva, weil er so eine ASBC-Karte hat. Der hat dieser Portugal-Link schon mal zu La Liga, wo du ja sowieso hin musst wegen Real Madrid. Dachte ich, schlau, schlau. Und Pelé, wenn ich Pelé gegen dich nicht aufschreibe, dann kommt er halt immer ins Team. Aber ich dachte, das wird sogar hinkommen, vielleicht mit 3 Millionen. Und der kostet 4,5 oder so immer noch, glaube ich. Ja, man weiß es nie bei den Preisen. Die gehen schnell hoch und runter. Na gut, wir können unsere Offensiven spielen. Keiner hat einen bisher aufgeschrieben von dem Verein. Und da lagen beide richtig. Das heißt, gleich wird es knüfflig. Jetzt darf man noch drei jeweils aufschreiben. Vielleicht im Mittelfeld was, man weiß nicht. So, Freunde, wir gehen ins Mittelfeld. Ich bin gespannt, wie ein Fußball-Netz, ob da jetzt ein Barcelona-Spieler kommt. Ich kann... Ne, ich spoilere mal nicht. Hä, ich bin gespannt, wie ein Fußball-Netz noch nie gehört. Da war ich stabil. Ja, bei mir kommen Barcelona-Spieler. Tatsächlich ist halt jetzt immer so eine Sache. Ich hätte auch beide Innenverteidiger und Keeper haben können. Und wenn du jetzt alle aufgeschrieben hättest, hättest es bei dir richtig gebrannt. Jetzt brennt es bei dir, wenn du gar keinen aufgeschrieben hast. Weil ich habe sogar zwei Barcelona-Spieler jetzt. Hm, was kann nach hinten losgehen? Ich habe, glaube ich, die geilste Barca-Karte. Ja, ich muss das Risiko gehen. Petri. Vielleicht denkst du jetzt so offensichtlich, die Centurion-Card von Petri. Dann im ZDM habe ich Gündogan. Ich hoffe, da ist es vielleicht ein bisschen unterm Radar. Und dann verbinde ich die MLS mit Spanien, mit alles drum und dran. Sogar eine Special-Card von Ilaramendi. Aber eigentlich hat man die auch nicht auf dem Schirm, oder? Von Dallas spielt er. Ah, sag rein mit ihm. Moin, Leute. Ich bin's, Tim. Ich habe aufgeschrieben. Zum einen Deport für den Argentinien-Link für Messi. Zum anderen Goretzka. Und dann kommt ein Barcelona-Spieler. Und das ist nicht Petri, sondern Gündogan. Ja, wegen Deutschland. Aber krass, dass Petri sogar durchgerutscht ist. Ich hätte es genau andersrum gedacht. Aber deswegen. Ich habe gedacht, wenn du offensichtlicher aufschreibst, dann rutscht mein Gündogan durch. Wenn nicht, dann rutscht mein Petri durch. Aber dass irgendeiner gehen muss, war irgendwie klar. Ich wollte sogar Gündogan und Petri aufschreiben. Ich wollte nicht zwei Tipps direkt im Mittelfeld verbraten. Falls du jetzt kein nimmst, wäre das ein Trümmerbruch gewesen. Deswegen muss man so ein bisschen kalkulieren, aber hast du gut gemacht. Dein erster Snipe. Ein Barca-Spieler kommt bei mir noch, du hast noch zwei Versuche. Okay, wir gehen rein bei dir. Es könnten jetzt alle drei von Real kommen, es kann gar keiner kommen. Ich habe auch die Tafel drin. Ich fange mal in der Mitte an, okay? Willst du Joker haben? Soll ich Keeper machen? Ja, 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 Mittelfeld auf jeden Fall. Da benutze ich meinen Joker. Das ist jetzt ZDM, so diese zentrale Position. Habe ich mir auch schon gedacht. Ja, okay, mach. Also, mein Bro. Kann ja sein, du hast Pelé aufgeschrieben. Kann auch sein, du hast jetzt Viehra aufgeschrieben. Habe ich aber nicht mitgenommen. Sondern so einen anderen Spieler, der ähnlich gut ist wie Viehra. Und das ist der Trailblazers. Ne, nicht Trailblazers. Sorry, das ist Triple Threat. Ja, ja, Touré. So heißt dieses Event. Kostet einiges und sorgt hier heute für ein bisschen Sicherheit hinten. Dann aber sehr, sehr auffällig. Genauso wie du mit Petri gegangen bist, gehe ich jetzt mit einer Karte für Cristiano Ronaldo, die sehr, sehr auffällig ist. Und das ist Bruno Fernand. Ist noch in der Premier League, also noch nicht in die La Liga, zu Real Madrid gegangen. Und dann auf der linken Seite einen weiteren Portugiesen. Damit die direkt beide Chemie bekommen. Und das ist ein Inform Palinia. Kennst du den? Ne, oder sollte er zu Bayern gehen? Ähm, ja. Ne, rutschen gegangen. Viehra aufgeschrieben. Tatsächlich, weil ich keinen Bock hatte gegen so ein Monster im Mittelfeld. Ich spiele trotzdem gegen ein Monster im Mittelfeld. Geil. Und dann dachte ich, bei Real Madrid der unauffälligste ist. Ähnlich wie Gündogan. Wäre Toni Kroos, glaube ich, der unauffällige bei Real gewesen. Und dann habe ich noch Musiala aufgeschrieben, falls du mit Deutschland link gehst so. Ha? Das heißt, die Portugiesen stehen drin zusammen mit Jaya Touré und Kroos. Aber das heißt, bei dir kommen noch drei von Real Madrid. Ich darf sogar noch zwei aufschreiben. Das ist natürlich auch wieder. Ich habe sogar überlegt, alle drei Real Madrid-Spieler-Mittelfeld aufzuschreiben. Weil ich hatte genau vor sowas Angst. So ein Glück nicht gemacht. Boah. Mal gucken, ob sie jetzt kommen. Ausverteidiger oder erst am Ende bei mir. Innenverteidiger oder Torwart oder so. Kann ich ja auch machen. Wir kommen zu den Ausverteidiger in sehr wichtige Positionen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass du dann nicht mit Real gegangen bist. Weil da will man keinen Keeperhof außen haben. Ja. Und deswegen fange ich mit meinen Rechtsverteidiger an. Den wirst du, glaube ich, eher weniger haben. Denn das ist meine Icon. Und die heißt Philipp Lahm. Hat eigentlich relativ wenig mit dem Team zu tun. Aber dieses Jahr sind die Icons ja so geil, dass die den Spielern links geben. Und somit haben gerade alle Spieler beim Team Full Chemie, außer Cristiano Ronaldo. So. Auf der linken Seite habe ich aber einen Spieler von Real Madrid. Es ist aber nicht Ferland Mondi. Sondern ein Spieler, der in Real Life oft die Position übernimmt. Und das ist Kammer Winger. Der spielt ja echt oft außenverteidiger bei Real. Das ist dein erster von Real, ne? Ja. Im Moment, der schon kann zählen. Aber es müssen noch zwei von Real bei dir kommen. Ich darf noch zwei aufschreiben. Das wird Heike gleich in der Mitte. Nein! Und bei mir kommt ein einziger noch vom Barca. Halt mal die Tafel rein. Ja, okay, 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 okay. Und jetzt die Frage, kommt der vom Barca bei mir? Jetzt kommt der später. Mein Rechtsverteidiger ist wieder aus der MLS. Es ist eigentlich eine Bronzekarte. Aber er hat eine Inform bekommen. Mit einem 80er Rating. Dorsey heißt der. Und der hat auch direkt volle Chemie. Wegen dem Himmel blablabla. Linksverteidiger. Und der ist jetzt eigentlich so offensichtlich, dass man vielleicht den deswegen wieder nicht aufschreibt. Ich habe überlegt, erst mal aus der MLS auch noch eins zu nehmen. Das wäre sogar noch sicherer. Aber dann dachte ich so, komm, vielleicht hast du nicht Acuna drauf. Bei mir auf der Tafel steht ein weiterer Barcelona-Spieler. Der heißt Cancelo. Der muss nicht einloggen, weil der kann links und rechts spielen, weißt du? Da muss man so dieses probieren. Und links habe ich Acuna. Okay. 2-0. Du darfst doch noch einen von Barca, ne? Ich darf noch einen aufschreiben, ja. Und es steht schon 2-0 für mich. Das kommt auch noch genau einmal. Okay, okay, okay. Es ist der Torwart, es ist ein Innenverteidiger. Das werden wir jetzt sehen. Ich baue heute gar keinen Spaß, einfach. So, Freunde, wir gehen ins große, große Finale. Jetzt wird es nochmal richtig ernst. Bei mir kommen noch, glaube ich, 2 Real Madrid-Spieler und bei dir noch einer. Ich will wissen, was du hast, deswegen halte ich rein, okay? Ich sage, 2 Spieler hast du gar keine Chance eigentlich auf die zu kommen. Aber halt der Barca-Spieler. Ich muss jetzt entscheiden für Innenverteidigung oder Torwart. Torwart wäre schon sehr riskant. Aber ich habe einfach auch ein Tor gemacht. Ter Stegen in Form. Jetzt kommen wir zu den Innenverteidigerinnen. Nämlich eine Centurions-Card und eine Triple Threat-Card. Du sagst ja immer, Frauen in der Innenverteidigung sind absolut OP. Deswegen kommen heute welche. Die haben so eine kranke Playstyle zum Sohoch. Also ich glaube, das ist wirklich sehr wild. Williamson und Greenwood. Aber ja, Ter Stegen ist eine Frage. Ich habe Inigo Martinez aufgeschrieben. Gab es zu viele. Und dann hatte ich Giroud und Kalulu. Ich dachte, du gehst vielleicht noch in eine neue Liga rein. Ist ja eine neue Liga, Frauen-Premitier. Ja, ich dachte, aber so eine Männer-Liga. Aber man weiß halt nicht, welche Liga. Das ist komplett. Deswegen meine ich ja damals schon sehr unrealistisch. Okay, Crazy. Ich halte mal bei dir bei zwei Real-Madrid-Spieler. Die Frage ist, ist es bei mir auch ein Torwart geworden? Ich fange auch mal mit einem Torwart an. Und mein Torwart heißt Ederson. Und ich habe einfach die Auffälligsten mitgenommen. Ich hoffe, du hast so Nacho aufgeschrieben. Ich habe Edamilitao und ich habe Rüdiger. Ah, Couture am Tor. Laporte in der Verteidigung für den geilen Link noch zu Ronaldo. Und dann Edamilitao. Ja, da habe ich doch noch ein 1-Snipe. Und da kommt auf jeden Fall jetzt der Kiefer hin. Sehr, sehr wichtig. Es gab wirklich Nacho, Alaba. Es gab 100 Möglichkeiten. Aber ich dachte mir auch, ich schreibe einfach den Besten auf. Da habe ich nicht bereut, falls er kommt. Ja, jetzt ist auch echt der Beste bei mir draußen. Edamilitao wäre so geil gewesen. Egal, Rüdiger. Ederson stehen drin. Ein Bronze gegen bei dir zwei, ne? Ja, genau. ZDM und Außenverteidiger. Aber nur einer vor dem Keeper immerhin. Deswegen, ja, wir haben stabile Teams. Also, mal gucken. Das Flashback-Duell geht ab. Barcelona gegen Real-Mächse gegen Ronaldo. Wir gehen ins Game. Beide haben immer noch zwei Spieler sogar von dem Team. Zwei haben jeweils überlebt. So, nochmal die Bronze-Karten angucken. Und das restliche Team auch. Geht das natürlich strong. Okay, rechter Innenverteidiger. Das heißt, ich muss über links so ein bisschen. Boah, Team ist mächtig ab. Bei dir aber auch mit Karin schauen. Petri und so. Das hat überlebt. Und die guten sind drin. Auf geht's, auf ein gutes Spiel. Auf ein gutes Game. Wie da immer Angst hat. Da fängt er an zu zittert. Zittert doch nicht. Verliert aber auch direkt im Ball. So. Zitterne. Gucken wir mal, was wir hier vorne machen. Zittert du nicht vor Lionel Messi. Was ist mit dem los? Zweite Minute kann man mal machen, ja? Ja, hier. Ich hör dich nicht. Was ist mit dem los? Scheiße, das fängt er gar nicht gut an. Wie bist du da direkt durch gewesen, Alter? Das ist auch nicht. Bronze-Karten in den Verteidigen. Stimmt, die machen richtig viel aus. Schön gesehen. Kamavinga. Und? Oh, die guckt er ruhig hoch bei uns. Ja, diese Frau, die blocken uns so. Ich sag, dass die Frauen sind in den OP. Ja, wir gar nicht in rauskommen und so. Kolomuani. Er moved. Nein! Nur weil du gemoved hast, hat er daneben geschossen. Na, glaub auch. Dann musst du ja nochmal genauer schießen und gehen die vorbei. Hm. Schön! Die eigentliche Bronze-Karte, aber in Form kann er anscheinend was. So. Zack, Garincha. Und getreten. Kurz Dings. Nein! Egal, Doppelpass. Läuft auf jeden Fall hier. Nein, das, wer ist das? P-dreht, zack. Mach mal. Bro, kann einer irgendwie einen Schritt machen oder so? Messi am Ende wieder! Digger, du machst aber Doppel-Pässe ganz schön gechillt mit meinen Spielern, ne? Wie? Was für Doppel-Pässe? Nein, wie hält der den? Was ist das denn? Ja, der muss drin sein, ja, okay, das ist echt ein bisschen, die sind mit Ball wieder kriegen die ganze Zeit, also, wird mir gar nicht schmecken. Ey, da rastet man doch schon wieder fast aus, ich versuche mich gerade so zu beherrschen, das glaubst du nicht. So, wo war nochmal der Bronx? Ey, der Bronx ist doch der, der da deckt, oder nicht? Das ist das Erste. Oh! Okay. Ui! Was ist das? Tor! No horn! Digga! Wie viel Pech, Mann! Geh doch rein! Ey, Mann! Tor hätte ich jetzt auf jeden Fall verdient gehabt, Digga! Was ist das denn? Und jetzt? Mensch, Mann! Messi! Nächstes Mal vorne so Arbeit! Ist so geil, Messi! Messi! Digga! Der fissier mal aufs Tor, mal vier Tore, wie gut ist der? Und meine Latte geblockt, alles drum und dran! Mach ihn! Oh! Er ist so gekauft! Was? Ja, okay! Bro, der hat den Fasten nicht gemacht, ne? Er hat gegen Pfosten getreten! Ja, das stimmt! Du darfst ja ganz krank, wie es wäre hingefallen oder so! Ich glaube, der hatte gar keinen Bock, den zu machen! Irgendwie dachte er sich so, heute gar keine Tore schießen! Messi gewinnt das Battle heute aber easy! Ja, du hast auf jeden Fall verdient, aber trotzdem bitter, Mann! Was muss auf einmal für ein Tor reingehen, weißt du? So geile Chancen und dann sowas! Der tritt da gegen Pfosten, Joga! Guter Ball! Ehrlich Traumball, so geil! Hey! Oh, Test-Tegen ist so krass! Oh, gerade noch! Puh! Schäfer-Rettig-Bong, das wäre schon 4-4 dann auf jeden Fall! Garin-Cha! Einfach mal Skilling-Schreiben machen und so! Garin-Cha! Oh! Oh! Schäfer-Rettig-Bong, das wäre schon 4-4 dann auf jeden Fall! Das Spiel dreht sich jetzt! Das Spiel dreht sich jetzt! Jetzt kannst du keine Tore mehr schießen! Bock, 0! Jetzt geht bei mir alles rein, jetzt muss ich nur Chancen kreieren! Nein, der rennt doch da! Oh mein Gott, diese Frauen sind so gut! Die sind echt richtig gut, ne? So beweglich, so flink, blocken alles, holen die in den Zweikampf! Ich hab, guck mal, so krass wie der Eifer nicht vorhanden ist! Auch wenn der Bronze-Torwart ist... Er macht einfach Platz, ne? Ja, er geht einfach weg! Das ist das krasse... Petri! Ach, lächerlich! Das ist doch jetzt dein Keeper! So... Dann... Hey! Rot! Nichts! Einfach 1 gegen 1 gewesen! Nichts, Leute! Foul für mich sogar! Ehrlich! Leiter schlau geht jetzt schon! Okay, dann kannst du was nicht nochmal machen, das ist schon mal gut! Jetzt Messi reinlöffeln! Garin-Cha! Boahhhhh! Man denkt 1 studiert! Bring mal bei! Junge! Mit außen was grün weg ist! Einfach Anstoßglitsch, ist so ne Scheiße! Alle Beine in die Hand nehmen... Ja! Er steht. Und... Er steht! Du warst so ne Falschnecke, oder nicht? Also ich hab mal unten, wenn du noch oben geschossen hast, dann war ich auf jeden Fall Falschnecke. Aber da gibt's viel Mitte, ne? Falschnecke, der Schlüssel einfach. Ja! Oh Mann! So, der schon geht. Messi, Messi, Messi. Messi mit 1 zu bringen. Messi, mal wieder Messi. Ankara, Messi. Ankara! Ah, schade. Ey, jetzt haben die sich aber gegenseitig weggemacht. Das... Oh mein Gott, test den. Okay, mein neuer Weekly Keeper ausgefunden. Ich kauf den mir gleich. Nee, warum der denn? Und warum Rüdiger? Ich hab nichts gesagt. Äh? Jo! Häh? Äh? Hä? Hä? Ein Angriff noch, Chiri. Nee, nee, nee. Ah, 3 Discards. 6 zu 3, 9 Tore. Wow! Messi hat bei dir so gekarried. Ne, der war so heftig. Hilfe. Das war krass. Die haben wirklich Barca-Tiki-Taka gespielt. Ehrlich, mit Hochball, ein weiter Tor, Volley und so, krank. So Freunde, das Team ist umgestellt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was hier jetzt passieren wird. Es kann auf jeden Fall teuer werden. Ich habe viele Spieler, die sehr teuer sind. Warte mal, 4-3-2-1, ne? Mh. Dann gehe ich mal durch das Team. Mal gucken, was wir so holen. Hm. Ich nehme einmal LZM. Vielleicht ist da was Stabiles. Dann, man muss, man muss. Oder war da bisher in dem FIFA einmal was Gutes? Aber ich habe es auch nie genommen. Ich nehme Torwart noch. Ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht bloß drei richtig krass hast, sodass du die drei so vorne reingestellt hast. Dann nehme ich einen von vorne noch, dann nehme ich ST. Nein. Es fing so geil an. Es fing so geil an. Es fing an mit Kamavinga Gold. Danach ging es weiter mit Colomuani. Und dann sagst du was von vorne. Vorne steht Jaya Touré, Bruno Fernandes und Palinja. Du triffst nicht den Besten, aber du triffst Bruno Fernandes. Den habe ich mir gerade für 383.000 gekauft. Das wäre auch 400k insgesamt auf jeden Fall an. Treff mir. Stabil. Warte, dann lass mich raten. Das waren ja immer nur die ganz krassen. Ronaldo und Mbappé. Dann waren die Innenverteidiger. Ne, Innenverteidiger war Lahm, Linksverteidiger Mbappé und in der Mitte ZM war Ronaldo. Ah, okay, überall so ein bisschen. Ja, okay. Na, okay, so ohne Konzept. Aber ja, passt, 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 passt. Dann waren die SPC. So, die Spieler stehen drin. Ich gebe ab. 400k gehen heute wieder baden. Hätte auch schlimmer ausgehen können, aber 400k tut trotzdem weh, ne? Hätte auch besser ausgehen können, sagen wir so. So, ähm, Leute, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sind raus. Macht's gut. Ciao.